Im Haus Pfeiffer erleben Sie echte Tiroler Gastfreundschaft. Der Familienbetrieb in Neustift im Stubaital bietet gemütliche Ferienwohnungen mit jeglichem Komfort. Das Nichtraucherhaus befindet sich in einer traumhaft ruhigen Lage am Ortsrand von Neustift und ist der ideale Ausgangspunkt für Aktivitäten aller Art. Ob Wandern, Mountainbiken oder Skifahren, hier kommen Erholungssuchende und Sportler auf ihre Kosten. In unmittelbarer Nähe gibt es auch ein Freizeitzentrum mit Hallen und Freischwimmbad, Sauna und Solarium. Die Apartments sind mit vier Edelweiß ausgezeichnet, bieten Platz für zwei bis vier Personen und sind alle im Original-Tiroler Stil eingerichtet, samt voll ausgestatteter Küche. Mit Charme und Engagement sorgt die freundliche Gastgeberfamilie dafür, dass sie sich bestens aufgehoben fühlen. Gleichzeitig haben sie natürlich genügend Freiraum, um sich so richtig zu entspannen. Haus Pfeiffer – Erholsamer Urlaub im Stubaital. www.apart-pfeiffer.at www.apart-pfeiffer.at Vielen Dank.